Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Strick-Podcast. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich grüße auch alle Neuen. Ja, ich freue mich natürlich wie jeder, wenn immer wieder Neue dazukommen. Und ja, ich bin froh, dass ihr euch hierher verirrt habt. Ich bin Laura, ich bin 32 Jahre alt und ich stricke gerne, ab und zu häkle ich auch. Spinnen habe ich auch mal gemacht, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, müsste ich mal wieder. Und ja, ich zeige euch eben gerne die Sachen, an denen ich so gewerkelt habe. Genau, heute wird wahrscheinlich das Video nicht so lang werden. Ich habe jetzt gar nicht so viel hier neben mir liegen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Video war vor zwei Wochen oder vor drei Wochen vielleicht. Keine Ahnung. Ja, aber ich muss euch unbedingt was erzählen und ich möchte gerne meine fertigen Sachen anziehen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, komm, mache ich mal eben schnell das Video und dann kann ich da auch einen Haken dran machen. Und außerdem bin ich heute alleine. Das ist ja auch immer so eine Sache, weil wenn mein Mann und meine Tochter hier sind, dann könnt ihr das mit dem Video auch vergessen. Genau, ich habe jetzt die gleichen Bild- und Toneinstellungen wie beim letzten Mal. Ich war da recht zufrieden mit. Das war kein großer Akt, das aufzubauen. Einfach Handy hinstellen, gut ist. Ich nehme wieder mit der Frontkamera auf. Das heißt, einen richtigen Zoom gibt es da nicht. Aber ich fand das beim letzten Mal jetzt nicht störend. Und ich habe auch keine negativen Rückmeldungen bekommen. Und auch der Ton war in Ordnung. Deswegen, ja, habe ich gedacht, zack, schnell aufbauen. Und ja, genau, das ist eine Werbesendung, weil ich euch Dinge wie Wolle in die Kamera halte und euch die Designer nenne von diversen Anleitungen und Nadeln und was weiß ich alles. Also deswegen, ihr kennt das Ganze, ja. Genau, also ich muss euch unbedingt was erzählen. Ihr seht es ja schon am Titel. Ja, aber ich habe mir gedacht, wir machen erst das Strickige fertig. Und danach erzähle ich euch das dann und, ja, damit ich vielleicht den ein oder anderen von euch sensibilisieren kann, dass euch das vielleicht nicht passiert. Genau. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, ich habe, ich hoffe nicht, dass gleich das Telefon klingelt, das Handy oder ich irgendwie Nachrichten bekomme. Ich habe es jetzt nicht auf Flugmodus gestellt, weil meine Tochter, ja, wenn da irgendwas ist und ich muss sie abholen, dann, damit ich dann auch die Nachricht bekomme. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir fangen mal an, wie immer, mit den fertigen Sachen. Und zwar sind bei mir zwei Paar Socken fertig geworden. Die habt ihr auch alle beide schon gesehen im letzten Video. Und zwar zum einen dieses Paar. Ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Genau, das ist ein Muster. Das findet ihr kostenlos hier auf YouTube. Und zwar müsst ihr einfach mal eingeben, Melas Strickmuster. Ich kann euch das aber gerne auch noch mal unten verlinken. Also die Mela hat jede Menge Strickmuster, sowohl für Runden als auch in Reihen gestrickt. Ja, und eben auch jede Menge Sockenmuster. Ich glaube, über 100. Und ich habe mir selber ja jetzt mal die Challenge. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Aber ich wollte so jedes Muster da einmal gestrickt haben. Und ja, wollte dann bei Nummer 1 natürlich anfangen. Also die Muster haben keine Namen. Die haben alle Nummern. Und das ist eben das Muster Nummer 1. Das besteht nur aus linken und rechten Maschen. Sieht sehr, sehr schön aus, finde ich, weil sich das auch so schön zusammenzieht. Und ja, genau. Gestrickt habe ich das mit 60 Maschen aus Wolle von Garden Flower Jan. Das ist das Gelb. Und das Grün. Und dieses Lila von der Spitze. Hier ist das nochmal entgegengesetzt. Das habe ich beides selbst gefärbt. Genau. Und das Gelb ist eben von Garden Flower Jan. Das war die Monatsfärbung von September 2022. Ja. Also wie gesagt, das Muster findet ihr kostenlos. Es gibt auch die Möglichkeit, die Musterbände, also das sind dann immer 10 Muster, auf Amazon zu kaufen für einen E-Reader, also für das Kindle quasi. Habe ich probiert. Hat irgendwie bei mir nicht geklappt. Allerdings habe ich mein Kindle auch schon 100 Jahre. Und vielleicht muss da auch irgendwie nochmal was aktualisiert werden oder so. Also naja, aber man kann sich die Videos auch angucken und einfach mitschreiben. Das ist auch, hat die Mäler auch, also sie sagt das auch in ihrer Gruppe. Es gibt nämlich eine Gruppe auf Facebook. Kostenlose Sockenmuster heißt sie, glaube ich. Kann jetzt leider nicht nachgucken. Und ja, da sagt sie auch, oder schreibt sie auch ausdrücklich, dass man sich gerne die Videos angucken darf und dann auch einfach mitschreiben darf. Genau. Also, die sind fertig. habe ich mit zweieinhalbern Mini-Rundstricknadeln, also dem Sockenbunder gestrickt. Finde ich sehr, sehr schön und die werde ich auch definitiv behalten. Und die ziehen sich ebenso schön zusammen. Ja. Genau. Haben nicht ganz so viel Spaß gemacht. Es ist halt mit den linken Maschen immer wieder so dazwischen. Ja. Es geht. Aber es hat sich gelohnt. Und ich würde die auch noch mal stricken. Aber ja, ich habe ja noch ein bisschen was vor mir da mit Mälers Muster. Deswegen ist das jetzt mal Paar Nummer eins. Und ich muss erst mal die anderen, oder muss, möchte erst mal die anderen Muster stricken. Ach so, falls einer fragt, ich trage heute mein, ich glaube, ich hatte es mal Thorsten Tuch genannt. So sieht das aus. Das ist im Grunde genommen eine Mischung aus dem Bennet Sister Shawl. Das ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Der hat hier vorne so einen glatt rechts gestrickten Teil. Und bei dem ist eigentlich dieser Teil hier, wo ich jetzt das Muster habe, Kraus rechts. Und ich habe aber bei dem Thorsten Duitt dieses Muster entdeckt und habe das dann einfach, habe den Kraus rechts Teil damit ersetzt. Und ja, gefällt mir sehr gut. Habe ich mal gestrickt aus Piratenwolle. Ich glaube, 100% Merino Wolle war das. Und der von Lana Grossa, die, wie heißt sie jetzt nochmal? Nicht die Kitzelk? Silke, genau. Ja, und das habe ich mir jetzt einfach hier so umgeschmissen. Ja. Genau. So, dann bleiben wir mal bei Melas Muster. Und ich habe nämlich auch das Sockenpaar von Muster 2 fertig. Das habe ich euch auch schon gezeigt, beim letzten Mal. Da war, glaube ich, die erste Socke fertig. Und jetzt habe ich die zweite noch gestrickt. Allerdings sind das Sneakersöckchen geworden. So. Und so sehen die aus. Zeig es euch mal. So. Ja. Also, das ist das zweite Muster. Das habe ich nur für den Schaft verwendet, weil das ist so ein Flechtmuster. Und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht zum Stricken. Und da habe ich gedacht, ach komm, dann machst du eben kurze Sneakersöckchen draus. Vorne, also oben am Fuß, habe ich dann drei rechts, eins links. Ein ganz einfaches Muster gestrickt, damit sich das auch noch mal so ein bisschen zusammenzieht. Und ja, ich fände das so sehr, sehr schön. Muss ich sagen. Und hier oben habe ich ein Teil vom Bündchen und auch die Spitze in den Pink abgesetzt. Ja. Genau. Jetzt habe ich gerade eine Sprachnachricht bekommen. Die muss ich mal eben abhören. Ich mache mal eben eine kurze Pause. Bis gleich. Da bin ich wieder. Alles gut. War gar nichts Schlimmes. Das müssen wir hier nochmal richtig einstellen. So. So dürfte es gehen. Genau. Wir waren bei den Sneakersöckchen. Genau. Die gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, das Muster Nummer 2 aus Mählers Mustersammlung. Gestrickt habe ich die auch mit 60 Maschen. Ja. Ebenfalls mit dem 2,5er Sockenwunder. Und die Wolle, also die Hauptwolle ist von, ist die Hobby Unicorn. Keine Ahnung. Die haben keine Namen, sondern nur Nummern als Namen. Die Nummer weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und das Pink ist von Garden Flower Jan. Ja. Genau. Als Ferse habe ich hier und auch bei den gelben Socken jeweils die Fish Lips Kiss Heal gestrickt. und die sind, glaube ich, für die Geschenkekiste. Das habe ich immer ganz gerne mal so ein paar Socken zum Verschenken. So auf Vorrat mal. So als Mitbringsel oder so. Ja. Genau. Das waren auch schon die fertigen Sachen. Und ja. So wirklich viel anderes habe ich gar nicht gestrickt. Nö. Naja. Aber egal. Ich zeige es euch trotzdem. Und zwar bleiben wir mal bei Melas Mustersammlung. Ich habe nämlich die erste Socke in dem dritten Muster auch fertig. Und die sieht so aus. Ja. Das ist ebenfalls wieder so eine Art Flechtmuster und ich stricke das irgendwie nicht so gern. Keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das auch relativ ähnlich zu diesem hier war, mache ich da auch kurze Söckchen draus und zwar dicke Kuschelsocken. Also mit doppelt gehaltenem Faden. Ich glaube, ich habe euch die auch letzte Woche schon gezeigt. Ach, nicht letzte Woche. Ich sage immer letzte Woche. Beim letzten Mal meine ich. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls habe ich die gestrickt aus der Filcolana Aveta in so einem Neongelb. Das Lila ist die Gründel Hot Socks Lago So sieht die aus. Auch einfach mit doppelt gehaltenem Faden. Genau. Und dann die Ferse und Spitze wieder mit dem Gelb und das Muster nur am Schaft. Ja, also wie gesagt, doppelt fertig gestrickt mit Nadelstärke 3,25 und zwar habe ich die zuerst mit einem Nadelspiel gestrickt und dann hinterher ich habe mir noch so ein Sockenwunder in 3,25 gekauft und ja, weil ich das manchmal mit dem Nadelspiel nicht so gerne mag. Ja, genau. Ich muss sagen, also ich stricke ja sehr sehr fest und es war anstrengend. Also natürlich sind Socken mit doppelt gehaltenem Faden einfach mega schnell fertig, aber es war trotzdem anstrengend und ich konnte nie so viel daran stricken, immer nur so ein paar rein und ja, genau. Also das ist Socke Nummer 1 und Socke Nummer 2 habe ich, glaube ich, noch nicht angeschlagen. Nee, muss ich noch machen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, ich habe die gestrickt mit 48 Maschen. Also 12 Maschen pro Nadel. wie gesagt 3,25 und ja, ebenfalls ein kostenloses Muster von Mela mit der Nummer 3. Ja, genau, das war die eine Socke. Ja, dann habe ich mir gedacht, fängst du schon mal mit Muster 4 an? Und Muster 4, ich hatte das schon als Socke, also ich hatte schon das Bündchen, ich hatte schon was von dem Schaft und ich weiß gar nicht, ob ich sogar schon mit der Ferse angefangen habe. Nee, ich glaube nicht. Naja, jedenfalls hatte ich da auch 60 Maschen genommen und das wurde viel zu weit und ich mag das überhaupt nicht mehr, wenn die Socken so labberig sind, weil durch die Körperwärme werden die ohnehin beim Tragen noch mal weiter und das war so schon labberig und da habe ich gedacht, nee, ich mache da was anderes draus, ich mache da keine Socken draus, sondern hier, Stulpen. gut und schön, ich hatte ja diese Wolle noch, da habe ich schon mal ein paar Stulpen draus gestrickt, habe ich gedacht, perfekt, machst du da noch mal Stulpen draus. Habt dann angefangen, Bündchen, so, ich kann euch das mal zeigen, also rechts verschränkt eins links, mit 50 Maschen habe ich jetzt hier genommen, Nadelstärke 3 und dann, ich weiß gar nicht mehr, warum, warum habe ich denn da noch mal die Nadeln gewechselt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall habe ich irgendeine Ach, nee, genau, ich habe dann gestrickt, genau, so war es, also mit Dreier Nadeln, habe ich gestrickt, hatte schon angefangen mit dem Daumen und probiere die an, viel zu weit, super denke ich mir, also alles wieder geribbelt bis zum Bündchen und ich habe meine Socken Wunder immer alle zusammen hier in meiner Dose hier in meiner Schale so ja hab wie gesagt geribbelt und nehme die Maschen wieder auf strick 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 zieh an hab hinten noch so ein auch so drei rechts eins links Muster eingebaut das kann man jetzt nicht sehen ich habe zu wenig gestrickt dass man was erkennen könnte probiere es an zu eng ich denke was ist denn jetzt los ja dann habe ich anstatt dreier nadeln mein zweieinhalber Socken Wunder genommen und dann habe ich noch mal geribbelt ja und jetzt bin ich täglich auf einem guten Weg man kann leider vom Muster noch nicht so wirklich viel erkennen wartet mal nee also es sind so ja weiß ich nicht so wie so Diamanten irgendwie ich zeige es euch beim nächsten mal wenn ich mir gestrickt habe weil ich musste das jetzt erst mal zur seite legen dieses projekt weil es mir so auf den keks gegangen ist dieses ständige rüppeln und ich weiß auch noch nicht so genau ob ich die einfach so gerade runterstrecke oder ob ich die mit einem daumen mal gucken mal gucken weiß ich noch nicht jedenfalls werden das keine socken sondern stulpen und ja das ist das Muster Nummer vier ebenfalls von Mela gucken wir mal die wolle ist übrigens ja ich weiß ja nicht so genau was das ist die habe ich mal bei ebay Kleinanzeigen gekauft vor Jahren da habe ich ja auch schon mal ein Tuch draus gestrickt und das war eben ein doppeltes ein doppelter Strang und da habe ich letztens schon die Stulpen draus gestrickt für meine Schwiegermutter und ja finde ich ganz schön in so einem semi solid alt rosa ton sehr sehr schön so dann war es das jetzt mal mit Melas Mustern und zwar habe ich noch zwei paar Socken und einen Pulli habe ich auch neu angefangen so ist es halt ich habe bei Einödwolle geshoppt und zwar zwei ihrer Monats Färbungen und eine habe ich direkt gewickelt die andere liegt da vorne und zwar habe ich das Osternest gewickelt so sieht das aus total schön richtig schön bunt richtig schöne Frühlings Farben und ich habe dann das Monatsmuster für April von den Zufallssocken die es ja auch noch gibt gestrickt und zwar heißen die ein Hauch von nichts ich weiß jetzt nicht von wem genau die sind ja aber das Muster sieht so aus ja also ein sehr sehr einfaches Muster es sind im grunde genommen immer verzopfungen und ja hat einen sehr schönen Effekt und ich finde das auch mit dieser Wolle kommt das auch sehr gut raus stricke ich mit 60 Maschen auf wieder auf meinem heißgeliebten zweieinhalb Sockenwunder und ja ich hoffe dass sich das auch schön zusammenzieht durch die Verzopfungen weil ich stricke mittlerweile meine Socken ganz gerne mit 56 Maschen weil mir die mit 60 tatsächlich oft zu weit waren irgendwie also entweder ich stricke sie wenn ich 60 Maschen stricke dann mit 2,25 Nadeln und bei zweieinhalb nehme ich sonst auch gerne wenn es eben das Muster zulässt ist ja nicht immer so auch 56 Maschen und hier ging das aber nicht die Maschen Zahl musste durch 6 Teil sein und deswegen habe ich 60 genommen und da hier eh die Verzopfungen drin sind ja denke ich passt das auch ganz gut und wenn es doch zu weit ist dann kommen sie halt in die Geschenkekiste ist ja egal egal genau genau das ist ein kostenloses Muster und wie gesagt sehr sehr leicht sind immer nur zwei rein ja nee runden so zwei runden und ja dann war es das schon also kann man prima vor dem fernseher stricken und dann habe ich gestern noch ein paar angeschlagen nachdem ich wieder gerübbelt habe und zwar habe ich auf instagram gesehen dass die liebe anja von strick made by anja das ist ja so die ich sag mal sneaker socken queen ja sie hat ja ganz ganz viele sneaker socken muster ich glaube nur auf crazy patterns bin ich mir nicht sicher und ja sie hat also einen karl zum gemeinsamen stricken quasi aufgerufen und zwar für sneaker socken der hat vor ein paar tagen begonnen und der geht auch noch ein bisschen ich meine bis zum ersten juli oder juni ne ich meine juli ja und ich denke mal es geht da hauptsächlich um ihre eigenen muster und ich hatte noch ein muster von ihr und zwar das skalera ich meine so heißt das ich bin immer mit namen furchtbar ich schreibe es euch aber alles unten in die infobox da könnt ihr dann noch mal nachgucken und ja es war das erste mal dass ich einen fersensteg gestrickt habe ich probiere das jetzt mal hier auf den socken locker zu ziehen so ich bin nämlich gerade an der ferse und ja so sieht das ganze jetzt aus ja also man hat dieses doppelte bündchen was ich sehr sehr schön finde das fühlt sich auch irgendwie so schön an also ich weiß auch nicht ist auch sehr sehr dehnbar und dann eben hinten mit diesem fersensteg finde ich auch sehr schön es ist ja es ist ein bisschen aufwendiger natürlich zu stricken als jetzt ein normales bündchen aber es hält sich noch im rahmen also es ist voll okay und dann hat man eben dieses schöne lace muster also hier ist sind löcher dieses schöne muster sieht man jetzt noch nicht ganz so viel ich habe auch erst also ich habe es in der original anleitung ist es wird es gestrickt mit einer käppchen verse ich habe jetzt einfach hier ein bisschen weiter gestrickt und mache eine shadow rap verse beziehungsweise eine fischlitz hier so also eine ohne zwischenrunden genau und dann sollte das auch passen ja also gefällt mir sehr sehr gut mit diesem fersensteg wird sicherlich nicht das letzte mal sein dass ich das so gestrickt habe ja gefällt mir richtig gut die wolle ist von gardenflower jahren und zwar so war die von ihren sneaky socks das sind 50 gramm stränge die eben für ein paar sneaker socken reicht ich habe da schon mal ein paar sneaker zweimal sogar draus gestrickt und ja finde ich einfach super da muss man nicht 100 gramm kaufen sondern da reichen dann eben 50 zumindest für meine größe ich stricke eine größe 39 hier habe ich jetzt 56 maschen genommen ich habe aber auch schon mit 60 maschen gestrickt also das haut auch hin und für eine größere größe also 40 wird sicherlich auch noch gehen und dann müsste man vielleicht das bündchen und die spitze einfach farblich absetzen geht ja auch aber ich finde das super genau und die färbung heißt happy holiday fand ich oder finde ich nach wie vor sehr sehr schön ja also das sind die socken skalera eine kostenpflichtige anleitung findet ihr auf jeden fall bei crazy patterns von der lieben strick made by anja so heißt sie zumindest auf instagram sehr sehr schön genau so dann sind wir mit den socken auch schon durch und dann habe ich noch einen pullover zu zeigen beziehungsweise es wird ein bisschen schwierig den zu zeigen weil ich habe mir nämlich die neue anleitung von der susanne sommer gekauft und zwar ich muss mal gucken ich sagt hat nämlich immer falsch der baseline sweater ich will immer sideways wetter aber nein es ist der base lines wetter von so so nitz wie gesagt zusammen sommer und das ist ein pulli der quer gestrickt wird da hat sie ja einige von im programm und der hat mir super gut gefallen auch in den farben die sie so hatte in ihren beispielen und ja dann habe ich mir wolle bestellt und ich war mir nicht sicher mit mit den farben irgendwie ich wollte aber auch nicht so viel ausgeben es musste die k sein irgendwie habe ich auch nicht so richtig was gefunden ich hätte natürlich selber färben können hatte ich aber auch keinen bock drauf also habe ich mal bei drops geguckt und habe mich für diese zwei farben entschieden und das pink knallt jetzt in der kamera richtig ist gar nicht so in echt ist es nicht so krass aber es ist trotzdem ein sehr schönes pink und gerade auch die farbe finde ich richtig schön ja also ich glaube die gefällt mir an mir auch sehr gut und da werde ich auf jeden fall noch mal was nachkaufen und mir da auch mal so ein pulli von stricken weil das das finde ich ist eine tolle farbe so ein move irgendwie eine sehr 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 schön die farbe und ich fand die kombi ganz schön und ich kann euch schon mal das zeigen was ich gestrickt habe auch wenn man da noch nicht ganz so viel erkennen kann und zwar so das habe ich gestrickt also hier wird hier ist quasi der der halsausschnitt und dann läuft hier an der seite laufen so maschen runter das sieht sehr schön aus aber es ist ein bisschen schwierig den zu zeigen der wird also in teilen quasi gestrickten ich habe erst das seitliche wartet wie wird er denn gestrickt erst mal die rechte vorderseite dann die rechte rückseite und jetzt bin ich eben dabei die teile zu verbinden dann später hier ich kann es euch nicht richtig zeigen aber ich glaube der wird ganz schön wobei ich in der zwischenzeit gedacht habe ob naja ob das so meine farben sind jetzt so zusammen weiß ich nicht aber egal der wird jetzt so fertig gestrickt und ich glaube der wird ganz schön ja macht auf jeden fall sehr viel spaß weil man nicht so ein riesen teil hat sondern immer so mehrere kleinere teile kleinere abschnitte ich habe mir das für mich selber jetzt so ein bisschen eingeteilt so als mit long einfach für mich selber damit ich da dran bleibe und ja genau immer so bis sonntags habe ich mir dann gedacht so ein teil also ein teil in einer woche ja genau das sollte auf jeden fall machbar sein und dann gucken wir mal wie der dann am ende aussieht ja das war es tatsächlich schon mit den gestrickten sachen es ist gar nicht so viel ich habe auch gut ich habe auch einiges geribbelt ein paar dinge habe ich ausprobiert habe hat mir nicht gefallen habe ich dann wieder aufgemacht und ja aber ich bin trotzdem ganz zufrieden ja dann möchte ich euch noch kurz zeigen was eingezogen ist und zwar zum einen hat ja schon gesagt der andere monatsstrang von einöd wolle der heißt hallo frühling und den müsste es auch noch geben das osternest ist da habe ich leider den also was heißt leider für mich schön für euch leider den letzten strang erwischt und den gab es zumindest beim letzten mal noch hier diesen den fand ich auch so schön mit diesem knalligen grün hat mir also hat mir und gefällt mir auch immer noch sehr sehr gut ja sehr sieht sehr sehr schön aus und dann habe ich mir noch einen strang bei ebay kleinanzeigen gekauft ja so sieht der aus schön bunt kann ja mal die banderole abmachen ja also orange lila blau und gelb sehr sehr schön und der ist von stricklilis bunte wolle kannte ich vorher noch gar nicht ja und dann ist noch ein überraschungspaket bei mir eingezogen warum das erzähle ich euch gleich und da war ein strang baumwolle socken wolle drin von der lieben martina martina dankeschön nochmal für den überraschungspaket ich habe mich da so drüber gefreut wirklich und ja wie du siehst deinen strangen habe ich schon gewickelt also wie gesagt baumwoll socken wolle die ist von der kleinen wollfabrik in lila so einem richtigen neongelb und etwas orange ist noch dabei und da muss ich noch gucken mit welcher maschen zahl ich da stricke ich habe nämlich tatsächlich noch nie baumwoll socken wolle verstrickt ich habe ein paar knäuel hier habe mich habe ich mich noch nicht so richtig angetraut also ich weiß noch nicht so genau mit welcher maschen zahl oder wie die wolle sich dann so verhält aber gut im zweifel wird einfach wieder gerüttelt ja ihr lieben ach mensch das war ja wirklich ein kurzes video heute dann sind wir mit dem strickigen und wolligen tatsächlich schon fertig und dann möchte ich euch jetzt noch kurz erzählen warum diese folge den titel hat den sie hat und ja möchte euch einfach ein bisschen sensibilisieren oder daran erinnern dass ihr vielleicht ein bisschen vorsichtiger im internet unterwegs seid als ich es war und zwar ja wie fange ich am besten am anfang und zwar hatten eigentlich mein mann und ich und so gesagt diesen monat also jetzt im april wollten wir eigentlich mal ein bisschen piano machen mit einkaufen also jeder hält sich mal zurück er bestellt keine angelsachen ich keine wolle hat er super funktioniert und ja weil wollten wir ein bisschen sparen und ja was macht laura dann geht man eben auf ebay klein anzeigen und gibt da handgefärbte socken wolle ein ja habe schon mal den ersten tipp also wenn ihr keine wolle kaufen wollt dann guckt euch auch keine an also bei mir also ich hätte am besten mein handy abgeben sollen internet löschen und so weiter weil also das ist das war das mache ich nicht mehr also wenn man nichts kaufen darf will soll was auch immer dann sollte man sich auch echt nichts angucken weil gerade dann findet man immer was und ja wie gesagt ich war auf ebay kleinanzeigen unterwegs hab da an gefärbte socken wolle eingegeben hab so geguckt und bin auf einmal stutzig geworden also das heißt stutzig geworden ich habe gedacht ich gucke nicht richtig weil da war eine anzeige und jetzt im nachhinein denke ich auch so wie dumm kann man eigentlich sein aber gut ich wollte mir socken wolle angucken und habe dann eben eine anzeige gefunden wo ich glaube an die 20 stränge waren es gewesen für 40 euro eigentlich hätte man sich da schon denken können ja genau für 40 euro also das ist ja noch nicht mal der einkaufspreis von den von den strengen gewesen aber ja ich denke was ist das denn und das war unter anderem frau oder socke also es waren das waren so schöne strenge wirklich frau oder socke und ich weiß nicht was da noch alles war jede menge frau oder socke strenge und sie färbt ja nicht mehr und deswegen habe ich gedacht war cool und alles glitzer wolle ja hab dann mir den verkäufer angeguckt also ich gucke immer auf die verkäufer gehe immer auf die verkäuferseite guck mir die bewertungen an alles tippitoppi habe mir den text durch gelesen so nach dem motto ja kennen wir ja alle ich habe viel zu viel wolle und ich schaffe das nicht mehr mein stash muss kleiner werden und viel so ich möchte jemand anderem eine freude machen damit so nach dem motto hat sich super gelesen und ich kenne das von mir selber auch also ich bin eigentlich auch wenn ich die sachen verkaufe ich ja ich will jetzt nicht sagen ich verschenke die fast aber ich mache sie auch deutlich günstiger als das was man eigentlich verlangen könnte ja ich war total ich habe gedacht so was ist das für ein schnäppchen so nach dem motto ja hat dann mein mann geschrieben ach guck mal da und ja hat mich aber schon gewundert weil es hatten sich schon es war noch relativ früh es waren glaube ich irgendwie weiß ich halb neun morgens oder so und es hatten sich zu der zeit schon weil sie nicht 20 20 leute oder so das angesehen und es kam mir schon komisch vor dass das dann noch verfügbar sein soll weil bei dem preis wer würde da nicht zuschlagen und hab dann gedacht da schreibst du jetzt mal hinten habe dahingeschrieben ist die wollen nur noch da und ich würde sie nehmen blablabla kennt man ja hab dann auch sofort eine antwort bekommen ja ist noch da so versand oder abholung ja habe ich gesagt und versand und es waren dann 47 euro und ja dann hieß es dann paypal freunde und da ist jetzt der punkt ihr habt ja bei der paypal freunde funktion keinen käuferschutz und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das schon hunderttausend mal vorher gemacht also wirklich ich bin da echt sehr sehr gut gläubig gewesen deswegen habe ich mir da nichts bei gedacht ne und dann hat sie mir die e mail adresse geschickt und im nachhinein muss ich jetzt sagen da hätte ich stutzig werden müssen ich aber immer nur noch wolle im kopf ja schnell 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 bevor es jemand anders kriegt habe einfach die e mail adresse kopiert in meinem paypal rein und hab da die 47 euro und hab gar nicht geguckt dann habe ich die bestätigung bekommen bekommen von paypal und da habe ich das erste mal gedacht was ist das für ein name das ist ja komisch da hatte ich schon so ein bisschen so komisch naja und dann hat die verkäuferin also angeblich war es eine verkäuferin zumindest das konto war für einer hatte mir dann auch zurückgeschrieben ja hab das geld bekommen super danke schöne ostern habe ich auch gesagt ach klasse schöne ostern zurück super eine stunde später oder so habe ich dann nochmal geguckt und die anzeige war immer noch online und ich denke das ist komisch warum ist sie noch online ich habe bezahlt ich habe es gekauft warum löscht man die nicht gut habe ich gedacht vielleicht hat es vergessen man hat ja auch noch andere dinge zu tun aber natürlich die zahl man kann ja immer sehen wie viele leute sich das angeguckt haben und das wird natürlich immer höher und dann habe ich ein richtig komisches gefühl bekommen und habe dann bei mir in der whatsapp gruppe gefragt ob nicht mal jemand dahin schreiben könnte und auch kaufinteresse vortäuschen könnte so nach dem motto ist es noch da ich würde es gern kaufen einfach um zu gucken was dann kommt ja und dann hat martina das gemacht und da kam genau der gleiche text zurück wie bei mir ja ist noch verfügbar versand dies das ja und da war mir dann klar okay das war tatsächlich ein betrüger und dann haben auch noch andere mädels von der gruppe dorthin geschrieben und zwar immer der gleiche ablauf und es wurde dann gefragt ja versand oder abholung und wenn man dann gesagt hat abholung dann kam dann nichts mehr und ja also das war ich habe ich gedacht wie also ich habe mich echt so dumm gefühlt ich denke mein gott wie konnte dir denn sowas passieren das geld ist natürlich weg gewesen klar da kannst du nichts machen ich habe eine anzeige bei der polizei kann man ja mittlerweile alles online machen natürlich klar dass da nichts mehr rumkommt aber mir wurde dann gesagt ich soll trotzdem eine anzeige machen und dann habe ich das gemacht und wir haben auch direkt bei ebay kleinanzeigen alles gemeldet die anzeige gemeldet und also die die anzeige von der sockenwolle da gemeldet das schlimme war wirklich dass diese anzeige und dass das konto also mir war schon klar dass das konto musste gehackt worden sein weil die person war schon seit 2009 angemeldet und hat auch schon etliche bewertungen und so alles positiv deswegen war mir schon klar okay da wurde das konto gehackt und mit diesem konto wurden dann eben die anzeigen erstellt und ja nur das schlimme war dass der account also dass das konto des von dem an von dem verkäufer und die anzeige erst ich glaube abends um sieben uhr gesperrt wurden beziehungsweise gelöscht und bis dahin hatten sich das über 200 leute angeguckt und ich will gar nicht wissen wie viele da noch drauf reingefallen sind also es ist unglaublich dass das wieder so ewigkeiten für gebraucht haben und klar ist es war jetzt kein vermögen aber es hat mich trotzdem es hat mich so geärgert und dann musste ich das natürlich auch noch mein mann beichten der war natürlich auch nicht begeistert und ich war ich war einfach so traurig dass es solche menschen gibt ich meine gut ich bin ein true crime fan das klingt immer doof aber ich interessiere mich für true crime ich weiß dass es menschen gibt die die noch tausend mal schlimmere dinge tun die man sich im leben nicht vorstellen möchte da ist das pille palle dagegen aber trotzdem es war einfach und ich würde natürlich so so gerne wissen wer das getan hat aber das kriegst du ja nicht mehr raus mein gott das kann jeder gewesen sein überall auf der welt kann der gewesen sein oder die man weiß es ja nicht und ja aber passt da auf also es ist wirklich von der anzeige her hätte ich habe es nicht gemerkt das einzige wo ich sagen muss okay war natürlich der preis für die wolle das waren schleuder preis ganz klar da hätte man stutzig werden müssen zum einen und zum anderen war natürlich die e mail adresse absolut ja verdächtig also da hätte ich eigentlich hätte ich da stutzig werden müssen wirklich ich war aber total im wollrausch und habe einfach schnell 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 gemacht und eben auch paypal freunde genutzt und da muss ich jetzt wirklich sagen das mache ich nicht mehr zumindest nicht bei mir unbekannten personen also da bezahlt ich lieber ein zwei euro mehr ich weiß jetzt nicht genau wie hoch die gebühren dann sind oder ob sich das einfach nach dem kaufpreis richtet ich mache das nicht mehr ich nutze keine paypal freunde funktion mehr bei käufern oder bei verkäufern die ich nicht kenne mache ich nicht mehr weil es ist es ist einfach zu unsicher hätte ich nie im leben mit gerechnet ich habe das wie gesagt schon hunderttausend mal gemacht ich habe schon etliches eingekauft und es ist nie was schief gelaufen aber ja da war ich echt da war ich ganz traurig ne da war ich echt ja auch so über mich selber weiß ich auch nicht dass ich da so drauf reingefallen bin hätte ich vorher nie gedacht also ihr lieben passt wirklich auf auch wenn auf den ersten blick alles ja seriös erscheint gut auf und zwar natürlich wie gesagt wenn man hätte es schon merken müssen in dem fall aber manchmal ja weiß ich nicht ist man vielleicht nicht so aufmerksam und deswegen nochmal der appell an euch dass ihr da besser aufpasst als ich dass ihr nicht so gutgläubig seid weil es ist so schnell passiert und vielleicht ist es bei mir waren es jetzt 47 euro ich habe dann im internet geguckt und da waren auch leute die hatten da hunderte euro die hatten da was weiß ich konzertkarten gekauft oder mit handys wird es ja auch gerne gemacht aber ich habe gedacht bei wolle doch nicht also wer hätte denn gedacht dass das man mit wolle betrügt also sorry aber dass es jemand mit handys macht oder mit sonstigen elektronik sachen ja das ist habe ich schon mal gehört aber doch nicht mit wolle hätte ich im leben nicht mit gerechnet na ja geld ist jetzt futsch machst du nichts von der polizei habe ich natürlich auch noch nichts gehört klar das ist für die auch pille palle weiß ich auch na ja und ich habe mir dann eben die zwei stränge den hier und den osternest so zu ostern so als kleines kleine trost bestellung bestellt mein mann hat gesagt komm hier und ja wie gesagt dann kam dieses überraschungspaket von der martina wo sie mir dann den strang geschickt hat weil es ja auch so leid getan hat obwohl ich gesagt hat nee also braucht ihr nicht machen weil es kann ja nun keiner was für meine dummheit naja ja ihr lieben das war's ich hoffe auch wenn es heute nicht so lang war ach nein ich habe noch eine ankündigung und zwar ach gott jetzt habe ich das nicht rausgesucht wartet mal ich habe nach jetzt ist das aus das ipad nach egal bis das jetzt an ist das dauert zu lange wartet mal ich gucke mal eben schnell am handy weil ich bin nämlich im juni mit den mädels auf einem wolf fest und vielleicht ist da ja die ein oder andere von euch auch und man läuft sich mal über den weg wartet mal eben kurz so ich habe es gefunden ich sag nämlich irgendwie den namen immer falsch und zwar bin ich auf dem dritten hoursmacher wolf fest und das ist am 18 juni von 10 bis 18 uhr ja da treffen wir uns also nicht alle aber einige von der whatsapp gruppe die wir jetzt seit einiger zeit schon haben und ja da wollen wir uns alle mal treffen und da freue ich mich sehr drüber und vielleicht ist ja die ein oder andere von euch noch auch noch da also ja genau ich bin da sehr gespannt drauf und ich freue mich sehr wenn das so klappt und ja dann hoffe ich es hat euch auch wenn es heute ja nicht so lang war hat euch trotzdem gefallen und wie gesagt passt auf im internet ist es so schnell passiert und nutzt nach möglichkeit vielleicht lieber nicht die paypal freunde aktion aktion funktion außer natürlich bei freunden wofür sie auch eigentlich gedacht ist gut ihr lieben dann wünsche ich euch noch ganz viel spaß beim stricken ich freue mich jetzt tierisch dass ich meine socken endlich anziehen kann und wünsche euch noch eine schöne zeit bleibt mir gesund und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann ihr lieben tschüss bis dann